Mit ein bisschen Übung findet man zu einem Ereignis gekonnt das zugehörige Gegenereignis, zu einem Erfolg den zugehörigen Misserfolg. Zwei Begriffe, die du vom Bernoulli-Experiment bereits kennst. Natürlich ist es einfach für den Erfolg und Misserfolg die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten anzugeben. So richtig interessant wird es aber erst, wenn das Zufallsexperiment öfter durchgeführt wird. Warum das alleine aber noch nicht ausreicht, um von einer Bernoulli-Kette zu sprechen und worauf du bei den Zufallsexperimenten unbedingt achten solltest, all das zeige ich dir in diesem Video. Grundlage für die Bernoulli-Kette ist ein Bernoulli-Experiment. Sei es nun das Werfen eines Würfels, das Ziehen einer roten Karte aus einem Kartendeck, die Überprüfung von Autos auf technische Fehler oder das Herauspicken eines Gummibärchens aus der Tüte. Solange der Vorgang zwei interessierende Ausgänge hat, nämlich den Erfolg und den Misserfolg, spricht man von einem Bernoulli-Experiment. Und nur nebenbei, nichts geht über die grünen Gummibärchen. So ein Bernoulli-Experiment wird genau dann zu einer Bernoulli-Kette, wenn es öfter hintereinander ausgeführt wird. In unserem Beispiel wird der Würfel zehnmal nacheinander geworfen. Man sagt dann, die Bernoulli-Kette hat die Länge n ist gleich 10. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Der Begriff der Bernoulli-Kette beinhaltet noch einen ganz anderen wichtigen Punkt. Zusätzlich wird nämlich noch gefordert, dass sich die Erfolgswahrscheinlichkeit p von Stufe zu Stufe, also nach jeder Wiederholung des Experiments nicht verändert. Bei unserem Würfel-Experiment passiert das natürlich nicht. Wenn das Werfen einer Eins als Erfolg gilt, dann tritt dieses Ergebnis bei jeder Wiederholung immer mit Erfolgswahrscheinlichkeit ein Sechstel ein. Der Misserfolg bei jeder Wiederholung mit Wahrscheinlichkeit fünf Sechstel. Gucken wir uns ein weiteres, typisches Beispiel an, das Glücksrad. Als Erfolg soll hierbei gelten, wenn der Zeiger auf einem der beiden blauen Felder stehen bleibt. Insgesamt werden wir den Zeiger gleich viermal drehen. Das Zufallsexperiment wird also viermal wiederholt. Und zumindest bei der ersten Drehung sind wir noch auf der Gewinnerstraße unterwegs. Der Zeiger bleibt tatsächlich auf blau stehend. Ich fürchte allerdings, dass wir damit unser Glück bereits ausgereizt haben und siehe da, bei der zweiten Drehung landet der Zeiger dann bei einem Misserfolg. Das Drehen des Zeigers ist damit definitiv ein Bernoulli-Experiment. Es gibt nur den Erfolg oder den Misserfolg. Die Frage, die du aber beantworten musst, ist, ob sich bei den Wiederholungen die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg verändert. Aber auch in diesem Beispiel kann man das sofort mit Nein beantworten. Denn bei jeder Wiederholung gibt es zwei von fünf Feldern, die zu einem Erfolg führen. Die Erfolgswahrscheinlichkeit liegt bei zwei Fünftel. Und auf der anderen Seite führen dich immer drei Felder zum Misserfolg. Die Misserfolgswahrscheinlichkeit liegt bei drei Fünftel. Egal, wie oft man das Glücksrad nun dreht, die Erfolgswahrscheinlichkeit bleibt immer gleich groß. Es handelt sich demnach um eine Bernoulli-Kette der Länge 4. Bisher scheint es also so, als ob die Wiederholung eines Bernoulli-Experiments immer in einer Bernoulli-Kette endet. Aber diese Spielkarte hier, die wird ja bestimmt nicht umsonst da sein, gehen wir also direkt zum nächsten Beispiel über. Dafür nehmen wir uns nicht nur die Karo 2, sondern einen ganzen Kartensatz. Und damit wir alle wissen, wovon ich rede, in so einem Kartendeck sind die vier Farben Karo, Herz, Pik und Kreuz, von denen es pro Farbe 13, also insgesamt 52 Karten gibt. Diese lassen sich dann unterteilen in neun Zifferkarten mit den Ziffern 2 bis 10 und die vier klassischen Bildkarten Bube, Dame, König und Ass. Und genau diese Bildkarten sollen in unserem neuen Zufallsexperiment den Erfolg symbolisieren. Wenn wir gleich aus dem Stapel eine Karte ziehen, dann ist eine Bildkarte ein Erfolg. Ziehen wir hingegen eine Karte mit einer Ziffer, so ist das der entsprechende Misserfolg. Fangen wir einfach mal an, drehen den Stapelkarten um und mischen ihn ordentlich durch und ziehen dann anschließend nacheinander zwei Karten aus dem Stapel. Beim ersten Zug decken wir eine Karo 7 auf, also einen Misserfolg. Im zweiten Zug ist es dann aber der Kreuzkönig und damit ein Erfolg. Typisches Bernoulli-Experiment. Vielleicht siehst du schon, worauf das hinausläuft. Um die Erfolgswahrscheinlichkeit für jeden Zug zu bestimmen, muss man hier nur ein Verhältnis bilden. Zählt man also durch, wie viele Karten es mit einem Bild gibt und setzt das ins Verhältnis zur Anzahl aller Karten, so erhält man die Erfolgswahrscheinlichkeit p. Und wie üblich, Erfolg und Misserfolg ergänzen sich zu 1. Im ersten Zug eine Karte mit einer Ziffer zu ziehen, tritt mit Wahrscheinlichkeit 36, 52 ein. Im zweiten Zug dann prinzipiell dieselbe Argumentation. Erneut zählt man durch, wie viele Bildkarten noch übrig sind. Da wir im ersten Zug keine Bildkarte gezogen haben, sind das aber immer noch 16. Aber die Gesamtzahl aller Karten, die hat sich doch geändert. Die Karo 7 ist doch schon raus aus dem Stapel. Im Stapel sind damit nur noch 51 Karten vorhanden. Die Chance, eine Bildkarte zu ziehen, liegt im zweiten Zug bei 16,51. Und da hast du es. Ein Bernoulli-Experiment, das Ziehen einer Karte aus dem Stapel, welches nach mehrmaligem Wiederholen nicht zu einer Bernoulli-Kette führt. Die Erfolgswahrscheinlichkeit hat sich schließlich geändert und ist nicht gleich geblieben. Etwas vereinfachter im Prinzip aber dasselbe der folgende Auswahlvorgang. In einer Klasse befinden sich 20 Schüler, genauer gesagt 11 Schüler und 9 Schülerinnen. Es sollen insgesamt 8 von ihnen blind ausgesucht werden, wobei als Erfolg die Auswahl einer Dame zählt. Die Erfolgswahrscheinlichkeit liegt damit bei genau 9 Zwanzistel. 9 von den 20 Personen sind Damen. Wird jetzt beispielsweise eine Dame blind ausgewählt, dann ist das zwar ein Erfolg im Sinne des Bernoulli-Experiments. Aber da bei der nächsten Ziehung nur noch 8 Mädels übrig sind und sich die Gesamtanzahl ebenfalls um 1 verringert hat, muss sich die Erfolgswahrscheinlichkeit von Stufe zu Stufe ändern. Das K.O.-Kriterium für die Bernoulli-Kette. Also definitiv nein, nicht jedes Bernoulli-Experiment wird beim mehrmaligen Wiederholen automatisch zu einer Bernoulli-Kette. Insbesondere die zufälligen Vorgänge nicht, bei denen ein Objekt nicht wieder zurückgelegt wird. In diesem Beispiel hier, wenn das Ziehen der gelben Kugel als Erfolg gilt, ändert sich in der unteren Animation von Stufe zu Stufe nichts. Durch das Zurücklegen befinden sich vor jedem Zug immer zwei Erfolge und drei Misserfolge in der Urne. Die Erfolgswahrscheinlichkeit bleibt gleich. Zack, bumm, Bernoulli-Kette. Oben hingegen, wenn die gezogene Kugel nicht zurückgelegt wird, ändert sich jedes Mal die Gesamtanzahl aller Kugeln und je nach Zug auch die Anzahl der Erfolgskugeln. Wenn du dich jetzt fragst, was das Ganze bringt und warum diese Bernoulli-Kette so wichtig ist, das Beibehalten der Erfolgswahrscheinlichkeit so wichtig ist, dann lass mich dir diese letzten Worte noch mit auf den Weg geben. Das Tolle an so einer Bernoulli-Kette ist, dass sich kaum etwas ändert. Zwar kann als Ausgang in jeder Wiederholung ein anderes Ergebnis eintreten, aber Bernoulli-Experiment? Entweder ist das ein Erfolg oder Misserfolg. Und da sich die Erfolgswahrscheinlichkeit mit fortlaufenden Wiederholungen ebenfalls nicht ändert, macht das die ganze Rechnerei für dich später deutlich einfacher. Man kann dann Fragen stellen, wie wahrscheinlich es ist, dass man nach zehn Wiederholungen genau acht oder genau fünf Erfolge erzielt hat und diese Wahrscheinlichkeit mit einer wunderbaren Formel berechnen. Woher diese kommt, zeige ich dir wirklich ausführlich im nächsten Video. Dort werden dann auch endlich die Baumdiagramme mal wieder ins Spiel kommen, die du vielleicht bisher vermisst hast. Von herausragender Bedeutung sind aber die Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die in einem Histogramm dargestellt werden. Du siehst also, es gibt noch viel zu entdecken in der Binomialverteilung. Bernoulli-Experiment und Bernoulli-Kette sind erst der Anfang.